So, ja hallo, hier ist Chris Hemschemaier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg. Der Klassiker, die Basic Selbstliebe-Challenge, altbewährt, geht gerade los, könnt ihr noch problemlos einsteigen in den nächsten Tagen. Heute gibt es mal ein Video über das Thema Bänder trennen. Also ich sage so, der Kern meiner Lehre ist ja in meinen Kursen drin, die Videos so noch ein bisschen dienen dazu, ja gut, allgemeine Fragen zu sprechen, aber auch Anwendungsfragen der Kurse und es gibt ja den Liebeskummer-Kurs, das ist ja so mit der Klassiker bei mir in dem Modul 1 und im Liebeskummer-Kurs gibt es also diverse Tools und eins davon ist eben Bänder trennen. Als ich das damals kennengelernt habe, war ich auch sehr skeptisch, hab das selber genutzt mal in so einer Liebeskummer-Situation und fand es erstaunlich enorm hilfreich, man muss ja auch nicht unbedingt dran glauben, aber nichts, was du traurst, wirken die Sachen hier. Die Idee ist halt, dass es so Liebeskummer-Situationen gibt, wo man null Kursen, wo man null Kursen hat, irgendwie fühlt sich an wie so eine Anhaftung von Fremdenergien, die man noch hat oder die zu dieser Person gehören und die Idee ist, dass es eben nicht sichtbare Energiekanäle gibt, wie Bänder zwischen dann zwei Personen, durch die eben noch Energie abfließt zu der anderen Person, wo man gar nicht mehr in Beziehung ist oder auch manipulative Energien zufließen und ja, kann man glauben, kann man nicht glauben, aber es gibt wirklich x, x Leute, die kommentiert haben an Liebeskummer-Kurs, wie sehr ihnen das geholfen hätte und kann eben häufig doch eine enorme Erleichterung verschaffen, diese Bänder zu trennen, wie das geht, wie gesagt in meinem Modul 0. Fragen, die häufig kommen, ist, ja, was ist denn, wenn ich nochmal Kontakt zu der Person haben will oder, keine Ahnung, oder was, wenn ich zu der falschen Person die Bänder trenne. Tatsächlich ist es so, dass man einen hervorragenden Kontakt zu allen möglichen Personen haben kann, ohne dass Bänder sind. Also Bänder sind eigentlich Ausdruck von, ja, mangelnder, dass mein Energiesystem nicht abgeschlossen ist in sich und ich das Gefühl habe, ich brauche, ob jetzt ein Pluspol oder Minuspol, ich brauche eben so eine Tankstelle zu jemand anders, Tankschläuche oder muss sozusagen, brauche jemand anders, um überleben zu können, um klar zu können und muss mich dann dann so reinhacken in das System vom anderen. Das ist das unbewusste Mindset, was eben, ja, dazu führt, dass eben diese Bänder gebildet werden, auch insbesondere rund um Sexualität gebildet werden und muss sich also überhaupt keine Gedanken machen, die zu trennen. Also selbst wenn man zu irgendjemandem dann wieder Kontakt haben kann, kann man, ja, einen befreiten Kontakt haben, eben auch ohne diese Bänder so, ne? Das ist ja nicht so, jetzt ist alles durchgeschnitten und man kann keinen Kontakt mehr haben. Also man kann bedenkenlos diese Bänder trennen, egal wo sie entstehen. Das kann man ja auch machen zu anderen Leuten, wo man das Gefühl hat, boah, da brauche ich jetzt so ein bisschen mehr Abstand oder muss mich da selber mehr finden. Können auch Arbeitsbeziehungen sein, Freundesbeziehungen, Nachbarn, ich weiß nicht was. Und ja, was man manchmal so sagt, dass man die Herzverbindung stehen lässt, aber gut, die ist eigentlich sowieso da. Also dann wird manchmal dann doch wieder gefragt, ja, da ist jetzt aber, keine Ahnung, doch so ein schwarzes Band von Herz zu Herz. Also kann man wirklich vor allen Dingen auf die eigene Intuition natürlich hören und ja, das wird, wie ich diese Übung dann auch anleite, wird das auch, denke ich, ja, die eigene Intuition damit unterstützt, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt. Aber im Grunde genommen, ja, ratze, putz, tack, 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 kann man das einfach durchschnippeln. Und andere Frage ist, kann es sein, dass man die Bänder nicht trennen kann? Gut, jetzt muss man, da muss man natürlich, das ist sowieso schon super esoterisch mit diesen Bändern trennen. Aber wenn man jetzt mal eine Stufe weiter geht und vielleicht dann sowas wie, keine Ahnung, Wiedergeburt, Karma, whatever, glaubt, ja, dann gibt es vielleicht auch Bänder, die schon, karmische Bänder, die schon vorher existiert haben. Und es gibt tatsächlich Situationen, wo man die nicht trennen kann, weil eben die Aufgaben noch nicht abgearbeitet sind. Aber das heißt nicht, dass man aus dem Nullkontakt gehen müsste. Also es ist immer wieder der Riesen-Irtu, dass man das unbedingt dann, ja, dann muss man eben doch ewig zusammen bleiben. Nein, muss man nicht, sondern dann können die Dinger eben getrennt werden durch die eigene psychische oder auch vom Ex-Partner, durch die eigene und die des Ex-Partners psychische Weiterentwicklung des Bewusstseins können die sich dann auflösen, diese Bänder. Also auch da heißt es nicht wieder zurück in die Beziehung, sondern es heißt, na, ich arbeite weiter. Okay, ich kriege das vielleicht gerade nicht hundertprozentig getrennt. Trotzdem arbeite ich weiter an mir, an meiner selbst lieber mein Bewusstsein, was auch immer ich da für Themen habe und, ja, kann dadurch dann die notwendigen Schritte machen, um mich weiterzuentwickeln. Ja, in diesem Sinne, wir werden es bald wiedersehen.